Na, Herr Heinemann, wie geht es? Danke, gut. Ich habe ein kleines Problem, Frau Herzberg. Mein Drucker funktioniert nicht. Ich kann nicht drucken. Was? Das ist ein neuer Drucker. Ist der Computer auch kaputt? Nein, der Computer funktioniert. Das Telefon auch. Und die Lampe geht auch? Es ist eine alte Lampe. Die Lampe funktioniert gut. Also nur der Drucker? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich frage mal Paul. Okay Ich rufe. Vielen Dank. Jeg come hoo.